Auch das Fest aber hatte der Landflieger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor Andern, der hieß Barabas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe, Barabas oder Jesu, und ihm gesagt wird, er sei Christus. Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen, Habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerichten, ich habe heute Fehler mitten im Traum und seinen Wegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabas bitten sollten und Jesu umbrächte. Da antwortete nun der Landflieger und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben. Und da antwortete nun der Landflieger und sprach zu ihnen, was soll ich denn machen mit Jesu, von dem ihr sagt ihr, er sei Christus. Und da antwortete nun der Landflieger und sprach zu ihnen, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein. Und da antwortete nun der Landflieger und sprach zu ihnen. Und da antwortete nun der Landflieger und sprach zu ihnen, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein. Und da antwortete nun der Landflieger und sprach zu ihnen, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein. Und da antwortete nun der Landflieger und sprach zu ihnen, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein, was soll ich denn sein. Amen. 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 von dem Blut dieses Gerechten seht ihr zu. Da antwortete das Ganze voll und sprach Seid du auch ein Blut. 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 Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020